halli hallo hallöchen meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu batman the telltale series und ich bin der onkel und wir schauen wir haben gerade hier die daten verschlüsselung abgeschlossen daten entschlüsselung das ding was auf diesen auf dieser festblätter war was wir catwoman abgenommen haben ist jetzt entschlüsselt aber bevor wir da reinschauen werden wir natürlich mal ganz kurz auf gothams feed zugreifen und noch ein bisschen was lesen korruptionsgerüchte beschmutzen vermächtnis der familie wayne seit langer zeit galten die waynes als eine von gothams angesehensten familien neue vorwürfe bringen jedoch das oberhaupt der familie dr thomas wayne und seine frau martha in verbindung mit illegalen machenschaften mit der mafia familie falcon sollte sich diese bewahrheiten und eine untersuchung der aktuellen geschäftspraktiken dies erforderlich machen könnte das schwindelerregende wayne vermögen welches auf milliarden höhe geschätzt wird von den behörden beschlagnahmt werden dies wäre ein schwerer schlag für bruce wayne den erben der zum beispiel seines vaters gefolgt ist der dem beispiel seines vaters gefolgt ist und das geld für philisantorische was viel philanthropische zwecke einsetzt dennoch dr wayne wurde von vor zwei jahrzehnten zufälliges opfer worte vor zwei jahrzehnten zufälliges wurde vor zwei da fehlten ein dennoch dr wayne wurde vor zwei jahrzehnten ein zufälliges opfer von straßenkriminalität da fehlten ein obwohl wayne die anschuldigung nicht kommentiert hat traf er sich im anwesen der wayne familie in gotham city mit karamin falcon dem oberhaupt der mafia familie falcon was die spekulation nur grundsätzlich befeuert batman kämpft auf rathaus mit maskierter gaunerin ein gewagter überfall auf das büro des bürgermeisters hamilton hill endete letzten letzte nacht in einer massiven schlägerei zwischen batman und einer maskierten einbrecherin die von der polizei entschuldigung catwoman getauft wurde der kampf fand sein jedes ende in einem schockierenden stürz von einem einer seiten fassade des gebäudes der catwomens schicksal unerklärt lässt ihre söldner mannschaft konnte jedoch von den behörden in gewahrsam genommen werden weder das gcbt noch repräsentanten der hill administration haben enthüllt ob oder was aus dem büro des bürgermeisters entwendet wurde trotz des ausgangs stellt sich die frage ob batman die einbrecherin hat laufen lassen wir können unsere sicherheitsbelange nicht auf anonyme leute in verkleidungen aus lagern sagte commissioner peter gordon von gothams polizei man kann sie wissen man kann nie wissen auf welcher seite sie wirklich stehen gebe ich ihm so ein kleines bisschen recht muss ich sagen auch wenn ich halt batman bin also ja also ich nicht aber er kodex haben eine neue sache im kodex stehen natürlich wir haben harvey denn den staatsanwalt von gotham city bürgermeisterschaft der harvey überprüft für mich warum bürgermeisterin hill mein eigentum beschlagnahmt hat aber vielleicht sollte ich mich als sollte ich mir mehr gedanken darüber machen ob seine neue freundin selina kyle catwoman ist ja das habe ich schon gelesen ja das habe ich gelesen wir haben catwoman verbrecheneinbruch des bürgermeisters einbruch einfach die es hat sich herausgestellt dass sie selina kyle heißt und mit harvey befreundet ist aber was noch beunruhigender ist sie weiß dass ich bruce wain bin darum muss sich bald gekümmert werden dann james gordon meine aggressive verhörmethoden an den docks kann sein vertrauen in mich zu was kann sein vertrauen in mich zu belasten meine aggressive verhörmethoden an den docks kann sein vertrauen in mich zu belasten naja ich habe nicht versucht es zu erklären aber ich habe bekommen was ich brauchte wiki wail i crave her a quote to help defend my family's name via media setzte only way to get out in front of the scandal ja da ist irgendwie noch nicht übersetzt worden und wir haben hier jeremiah feikon oder kermain feikon feikons männer haben bei einem raub an den docks explosive chemikalien an sich gebracht das feikon plant das feikon plant diese bald einzusetzen gab ein verdächtiger während eines verhörs zu aber wie ist es eine waffe das werden wir bestimmt irgendwann rausfahren im laufe des spiels und ja da würde ich jetzt sagen wir gehen jetzt mal oben endlich mal auf die verschlüsselung und gucken mal was da drauf ist es ist endlich cracked und inside mayor hill was hiding mehr than i could have imagined this is a complete manifest of carmine falconi's criminal organization was in the world was hill doing with all this illegal arms stealing drug running mob hits money laundering falconi's been involved in everything but it goes back years you see dad's name on any of these documents i'll run a search but so far i don't this is it alfred with this proof we can finally knock out falconi's organization where would we possibly begin to dismantle it this is a police matter there's only one cop we can trust to handle this evidence correctly lieutenant gordon he could mobilize the entire police force against falconi reporter from the gazette vicky yes miss vail she could release this evidence through proper channels i suppose it comes down to who you want to help most or who you think could do the most good okay wir könnten ich würde das lieber sagen dass wir den lieben gordon weil die presse ich weiß nicht wir machen das mit gordon der kopf sind auf der frontlinie dieses war gordon ist das wort denn niemand eine weise decision sir will attack falconi on two fronts tonight gordon through the police and batman by any means necessary whatever falconi is planning it ends tonight he's a spider bruce eyes everywhere a dense web of goons poised to trap you no one has ever managed to bring him down i haven't tried yet okay so jetzt schon das große finale kommen von der ersten episode wir wissen es nicht aber auf jeden fall mal schauen ob gordon uns überhaupt noch vertraut okay this this is a silver bullet and it's gonna put falconi down once and for all i don't even want to know where you got this no you don't still i gotta know one thing why give this to me don't get me wrong i appreciate the hell out of this everyone on the force will too i heard you were the last honest man on the force no need to blow smoke i got enough cancer coming my way as it is but thank you honestly knowing this evidence can lock up falconi huh i'll sleep like a goddamn baby for once you know as much as i appreciate you calling me here i gotta make one thing crystal i can't be bought so you should know this isn't going to change a thing about the investigation of your family the wayne's always supported the gotham police so i'd like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet the investigation isn't the problem it's the wayne family name help me clear it if your family's clean i'll sing it from the rooftops if they aren't i'll still sing you gotta understand i'm bound to this badge i gotta go came straight from a crime scene haven't been home yet sometimes i think this whole city's a crime scene we're just walking through it what you're holding will make walking it much safer thanks bruce well lieutenant hey stick to jim it's done good so is our hunt the drones located falconi downtown a place called the skyline club you're not dressed for that kind of party well i can always change in the car es sieht aus wie das bett mobil habe ich vorens noch gesagt und zack es ist das bett mobil hat wie geil das ist ja so cool ach ist das cool so dann gehen wir mal falconi in den arsch treten das ist keine klappe 21 uhr 19 zählen the drones cameras and scanning tech off only functional all right let's find falconi willkommen benutzen sie um die drohenden zu manövrieren er und das fadenkreuz zu bewegen okay so kann ich sie dann herrschieben ansehen good point of entry okay wir haben hier so einen kleinen dann laufen hoffen leute rum das haben wir dann da die gäste die haben hier oben noch was ich weiß nicht, wo kommen wir an ihm wo ist niki? in lockup again? christ kimi, was haben sie ihn für heute? ein bisschen hit in den docks niki? nein, ich glaube er war ein hatchet man du und ich beide hat er ein alibi? honey, ich habe immer sein alibi okay das ist saucool mit der krone, äh, mit der dröhne alles böse menschen irgendwie na komm ja, hier haben wir noch so eine kleine statue, das ist kunst nichts hier wir haben hier noch ein eingang im büro das ist die meist schwer geordrte dritte in dem büro muss man die falconi schmerzen sein es wird nicht so leicht wie die dritte bellen vier arme guarn steil ist kein option ich werde einen planen für attacken, stand bei die alte sie sieht es doch oder kabel was verbinde böse objekten und ja oder wenn man damit verbinden ja schon mal ausgeschalten kleiner plan mafioso den mit noch so alles die nirgendwo noch verbinden mit dem geländer so sieht es aus da wäre der erste weg oder hier noch so viel mafiosi rumhängen da hinten ist noch einer das one might be tricky any ideas i've got it covered out hm hm tsch guck mal da hat er bestimmt die kappe auf die platte Seid doch. Komm, scheiß drauf. Natürlich. Den ganzen Mist natürlich noch mal machen. Bestimmt muss ich das jetzt mit Erster ausgenöckt. Wie geplant. Auch wie geplant. Auch wie geplant. Und der wollte jetzt diesen tollen R2. Ja, ist ausgewiesen. Das ist okay. Okay. Na, falsch. Zack. Und wir haben beide um einmal. Ja. Hat er seine eigenen Leute gekillt. Ja. 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 Mit den Zielen finde ich... Blöde Sonderfütz. Alter. Äh, was? Ähm. Paff, Paff. Coole Sache. Ähm. Paff, Paff. 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 Tja, Falcone. Aber das soll nicht gerechnet, mein Freund. Paff. 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 Ja, etwas schreckt über dieses alte Ding. Und es ist ein totes Biss! Du willst immer noch spielen? Wir werden alle spielen, auch mit dir! Welche Chemikalien, die du so aufhörst? Die sind mir, okay? Aber jemand versucht mich aus dem Bezug, weil ich nicht das Biss auf dem Dock gemacht habe! Dann wer hat das? Nein, wir sind fertig! Gotham ist jetzt aufhörst! Go ahead, gib ihm ein Show! Ich werde frei gehen, morgen Morgen! Ha! Gotham! No. Christoph! Spill it, Falcone! While you still can! Das sind die Weins. Sie sind hinter uns. Was bedeutet das? Sie wollen die Stadt zu retten? Na, die Weins sind die größten Gangsters in Gotham. Sie werden nicht durch, weil sie nur einen von Ihnen unterteilen können. Schreie auf, jetzt nicht sicher! Dann locken Sie die Schreie. Klingt gut. Er wurde in 19 Oktober. Dann haben sie nur einen Mann aus. Sie müssen schreie抽en. 测en, Wasser! Okay. waren meine Eltern, also die Waynes doch nicht so unschuldig. Oder? Der Weg ist gut, Falcone hat sich durch die Verkaufung des Verkaufungen für Jahre. Aber nach diesem dramatischen Verkaufungen und der Beobachtung von der G.C.P.D.'s Lieutenant Gordon, Falcone ist weg, für lange, lange Zeit. Und zu sprechen von den Kriminalverkaufungen das bringt mich zu der Geschichte die alle sprechen. Die Wayne Familie. Für Jahre, die W- auf der W-Wayne-Enterprise war eine reaffirte Angelegenheit. Sie wussten, dass es etwas pure war, dass diese Stadt, für alle ihre Schulden, wurde von guten Leuten gebaut. Aber mit Thomas und Martha schweigenden Reputation der Frage gibt es hier keine Untertitel. Wir haben nicht mehr solche Sicherheiten. Und noch schlimmer, es scheint, dass die Apfel nicht weit von dem Baum fallen. Gothams großartiger Sohn, Bruce Wayne, gesehen hier in der Familie von Gangstern, vielleicht so kröchig wie seine Eltern. In seiner Behörde der W-Wayne hat gesagt, diese Geschichte über meine Familie ist genau das. Eine Geschichte. Es ist ein Werk von Fiction all the way through. In einer Welt in der W-Wayne unsere Golden Familie sind korrupt. Wer sind wir mit? Wer kann Gotham auf die G-Wayne sehen? Der Erste Zeit wird sagen. Der ist recht stink, Sau. Der ist recht stink, der Mäste Bruce? Alles habe ich gebaut. Ich habe alles gemacht, weil ich nicht mehr Menschen sterben. Wenn Falcone sagt die Wahrheit über meine Eltern, dann was wir damit machen? Bruce, ich... Was hast du von mir Alfred! Episode 1 Reich der Schatten. Ja! Bist du vor Falcone für Harvey eingestanden? Du und 36% der Spieler gaben Falcone nach und ließen Harvey nicht am Treffen teilnehmen. Achso, die Restlichen haben die mit teilnehmen lassen. Hast du Vicky einen Kommentar für ihre Story gegeben? Du und 91,2% der Spieler haben Vicky den Kommentar für die Korruptionsgeschichte das reine Erfindung ist. So, so gut. Hast du dem Schützenamt Doc den Arm gebrochen? Du und 49,8% der Spieler brachen dem Schützenamt brutal den Arm, sodass er nie wieder ordentlich zielen kann. Ja, ja, ja. Gut, ist... Ja, ne? 50,50. Ne? Kann man schon. Wem hast du den Falcone... Wem hast du den Falcone-Daten gegeben? Ist jetzt auch nicht unbedingt eine tolle Übersetzung. Du und 70,8% der Spieler haben die Information über Falcone-Leutnant Gordon gegeben, statt sie über Vicky Vail öffentlich zu machen. Ja, finde ich auch sehr gut. Fand ich eine viel bessere Entscheidung. Und wurde auch von vielen geteilt. Was hat Batman am Ende mit Falcone gemacht? Du und 83,8% der Spieler hielten sich zurück und übergaben Falcone ohne ein gekrümmtes Haar an die Polizei. Ja, liebe Freunde. Ich bin eigentlich gar nicht mal so schlecht im Rennen. Aber... Was weiter tut das nächste Mal bei? Mhm. Ja, okay, liebe Freunde. Dann war das das mit der ersten Episode von Batman die Telltale-Series. Natürlich freue ich mich jetzt schon wie es weitergeht, was da der liebe Alfred uns verheimlicht. Weil das sah jetzt schon ziemlich so aus, als würde der irgendwas wissen, was wir nicht wissen. und das wird sehr interessant werden. Wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Ich finde es ein absolut geniales Spiel. Ich finde auch, dass Batman gelungen ist. Und ich finde auch, dass das Batmobil gelungen ist. Und ich finde auch, die Storyansätze nochmal einen ganz anderen Weg gehen zu lassen, finde ich auch echt nochmal sehr genial. Ich habe ja natürlich nicht alle Comics gelesen. Es gibt natürlich wieder die, die alle Comics gelesen haben oder genau das Comic wieder gelesen haben, um zu sagen, um jetzt zu wissen, was da passiert. Ich persönlich habe die Storyansätze noch nie erzählt bekommen und finde es auch sehr interessant und bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, das wird sich auch jetzt noch ein Stück hinziehen, bis die nächste Episode kommt. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut, das Spiel spielen zu können und ich freue mich auch weiterhin die weiteren Episoden spielen zu dürfen, zu wollen. Ich hoffe es zumindest, dass ich sie darf. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. War ein sehr geniales Spiel und ja, da würde ich sagen, bis denn und Ciao.